Aus aktuellem Anlass, aus aktuellem politischen Anlass, wir erleben ja jetzt in Deutschland eine neue Koalitionsbildung, also eine neue Regierung, die sich durch eine Koalition bildet und die Koalitionspartner haben wohl beschlossen, das ist so ziemlich klar, dass Haschisch-Marihuana, also das Kiffen, freigegeben wird. Also eine Droge, die ja schon lange im Gebrauch ist, auch in unterschiedlichen Kulturen immer wieder in Gebrauch war. Gebrauch auf der einen Seite und Missbrauch auf der anderen Seite und in der Drogensucht im speziellen Maße, also im pathologischen Sinne. Und jetzt kommt hier noch legalerweise ein neuer Stoff hinzu, zu den zahlreichen Stoffen, die es hier gibt, und das ist besonders natürlich der Alkohol. Andere Drogen oder Drogenthematiken sind ja hier verboten oder nicht erlaubt oder halb legal. Und ob sie jetzt verfolgt werden, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das Kiffen, das jetzt salonfähig wird, wenn ich es mal so salopp sage, also dann wird es Shops geben, dann wird es Leute geben, Geschäftsleute geben, die eine Lizenz haben dafür und die dann den Stoff verkaufen können. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was die Vorteile sind, wenn man alles Mögliche auch an Rauschdrogen freigibt. Das hat durchaus große Vorteile, weil dann eben schwarze, dunkle Märkte oder Schattenmärkte oder illegale Märkte und damit Kriminalität möglicherweise zurückgehen und nicht mehr so vorhanden sind. Ich sage also, betont auch möglicherweise ist ein Grund zu sagen, warum geben wir Marihuana nicht frei. Das war ja immer eine große Diskussion. In den letzten Jahrzehnten kann man sagen, ich bin zum Beispiel auch in dem Zeitalter aufgewachsen, wo das Kiffen und andere Drogen sehr im waren und ich habe viele Menschen beobachtet, die damit umgingen. Ich habe mich nie zu einer besonderen Position durchgerungen und gesagt, so ich trinke jetzt nur Alkohol oder ich kiffe nur, das hat mich gar nicht interessiert, sondern ich war mal dort und ich war mal da. Aber ich habe nie für mich persönlich etwas daraus gemacht. Das hat mich nicht interessiert, weder was das Trinken anbelangt, also Alkohol anbelangt, noch Marihuana, Haschisch anbelangt, noch andere Drogen oder überhaupt auch Medikamente. Das interessiert mich persönlich nicht und ich kann jedem raten, davon auch Abstand zu nehmen, weil es etwas mit dir macht. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Es macht etwas mit uns und entzieht uns damit unserer Selbstbestimmtheit und unserer Selbstregulation als Menschen. Und damit ist es eine starke Bewusstseinseinschränkung, trotzdem wir glauben, es sei bewusstseinserweiternd, wie das viele Anhänger des Kiffens glauben, dass da eine Bewusstseinserweiterung entsteht. Aber das ist, wie gesagt, noch mal ein anderes Thema. Sondern mir geht es hier darum, jetzt haben wir noch einen Stoff hinzugefügt zu den zahlreich verfügbaren Stoffen inklusive der Internet, dem Internetversenden und der Internetverfügbarkeit und aller möglichen Stoffe legalerweise oder illegalerweise, die sich durchdringen, die einen grauen Markt bilden, einen zunehmend unübersichtlichen Markt der Verfügbarkeiten bestimmen. Und verfügbar ist dann das letztendlich, was Geld bringt. Und das ist natürlich ein großer Geldgenerator, wenn ich jetzt Alkohol verkaufen kann, den tollen badischen Wein und jetzt noch dann das Marihuana und das Haschisch und all die Formen, die es dadurch gibt, jetzt stell dir vor in allen möglichen Applikationen, also als Tabak-ähnliche Substanz, aber auch zum Schniefen, zum Kauen, zum Kuchen backen, Plätzchen backen, was auch für Varianten man daraus machen mag. Und es ist immer noch mehr Stoff, das ist der Punkt hier. Das heißt also, wir haben mittlerweile dadurch eine große Verfügbarkeit von vielen, vielen Möglichkeiten, mit denen wir natürlich umgehen können, also auch lernen können, damit umzugehen. Also nicht zu viel zu kiffen, nicht zu viel Alkohol zu trinken, sondern eben die große Herausforderung ist, das immer so einzusetzen, dass es anregt, dass es vielleicht auch eine gewisse mentale Anregung oder auch Beruhigung gibt, was das Kiffen anbelangt oder so eine Art Tiefenempfindung gibt, in der Art, dass du also tatsächlich dann das Raum- und Zeitgefühl so ein Stückchen verlieren kannst, aber eben in angemessener Art und Weise damit umgehst, einerseits oder andererseits dich zukiffst und das Zeug nur noch ständig brauchst, wie wir das jetzt wieder erlebt haben im Sommer bei einem guten Bekannten, der also ständig zum Kiffen gegriffen hat und praktisch kaum eine Stunde oder zwei Stunden auskommen konnte, ohne sich etwas kiffend reinzuziehen. Und ich möchte jetzt gar nicht die Geschichten erzählen, schon gar nicht die Drohgeschichten, pass auf, was du tust und es ist gefährlich und ach und weh und all diese Sachen, die ja doch keine Wirkung haben im Prinzip, sondern nur darauf hinweisen, dass wir wieder mal einen Stoff in einer gewissen Beliebigkeit auch verfügbar haben, jetzt auch kommerziell und damit steuerrechtlich und Steuereinnahmen, die daraus entstehen für den Staat, also als Wirtschaftsfaktum, wo wir noch etwas hinzugefügt haben, also jetzt nicht noch ein weiterer I-Roller auf der Straße ist, sondern ein Stoff, den man sich bedienen kann und wo man sich eben dann gut bekiffen kann oder schlecht bekiffen kann, im Sinne, dass die Birne zu ist und dass man vollkommen dahin vegetiert und sein Mind verliert, was passieren kann. Ich denke, dieser Stoff wird auch sehr stark verharmlost, wie übrigens Alkohol auch immer wieder verharmlost wird. Und das ist natürlich ein Problem in einer Zeit, die vielleicht auch für viele Menschen eine starke mentale Herausforderung darstellt, also die Zeit wirklich seelisch durchstehen zu können und nicht Schaden zu nehmen, zu sagen, ah, in der Arbeitswelt ist so schwierig, in der Schulwelt, in der Universitätswelt, in der Berufsausbildungswelt, all diese Welten sind ja enorme Herausforderungen, dann kommen noch andere Probleme dazu, dann kommen Jahreszeiten dazu, kalte Jahreszeiten, dann kommen vielleicht Beziehungsprobleme dazu. Und schon sind wir gern dabei, einen Stoff zu nehmen, der uns einfach in dem Sinne zu bereinigen scheint oder uns zudröhnt oder uns erlöst von unserem ständigen Nachdenken und Sinnieren und damit grübeln und Probleme haben und an den Problemen scheitern, sondern es uns einfach gut gehen lässt, weil so ein Teil von unserem Gehirn anders funktioniert oder große Teile unseres Gehirns anders funktionieren als eben im normalen Modus. Und insofern ein Drogenkonsum, ein Alkoholkonsum, ein Rauschkonsum im weitesten Zustand des Rausches, also im weitesten Sinne des Rausches immer mehr zunimmt und dass viele Menschen immer mehr brauchen und sich daran gewöhnen, so wie sie sich eben auch an Ibuprofen, an Medikamente und sonstige Verfügbarkeiten gewöhnen und die mehr oder minder regelmäßig einnehmen. Und genau das ist der Kern des Problems, dass wir noch einen Stoff hinzugefügt haben, noch mehr beliebige Möglichkeiten haben, um mental einwirkend etwas entstehen zu lassen, vielleicht ungeachtet dessen, dass wir dadurch eine Kontrolle über unseren Mind verlieren oder eben doch ziemlich eingeschränkt werden durch solch einen Stoff. Also da bin ich ein großer Gegner von jeglichen Rauschdrogen, egal ob Alkohol oder sonst was persönlich, weil ich eben aus persönlicher Erfahrung durchaus immer wieder gelernt habe, nicht dabei zu sein, sondern mir das anzugucken und mich durchaus nicht zu genieren, mal auch mitzukiffen oder den Alkohol zu nehmen. Andere Drogen haben mich da nicht interessiert, vor denen hatte ich immer Angst und da bin ich dankbar dafür, dass ich Angst hatte. Aber wenn das jetzt weiter ausufert, ist es so ein frommer Wunsch zu sagen, na ja, da haben wir dann den grauen Markt, den schwarzen Markt entwässert. Aber das ist die Frage, ob das wirklich so ist. Was für mich viel problematischer ist, eben, dass viele Menschen da noch mehr absinken in etwas Dubiosis, in eine Subkultur, in eine Scheinkultur und damit eben auch in die generelle Rausch- und Drogenproblematik hinein. Und das ist der Punkt, der entscheidende, der da ist. Sicherlich ist das Kiffen in dem Sinne nicht gefährlich, auch nicht, natürlich wird das auch heute noch diskutiert, das ist eine Einstiegsdroge oder nicht für andere Drogen. Das ist sicherlich teilweise der Fall. Aber wenn ich eben noch mehr Stoffe hinzufüge und das freigebe, dann, ja, läuft das in die Illusion. Diese Frage mag jeder für sich beantworten oder ist das eben nicht so? Also kannst du zum Beispiel die Finger auch vom Alkohol lassen? Es gibt ja so ein paar Kardinalgrundlagen, wo man sagt, ich brauche das eigentlich nicht. Also ich kann von mir sagen, das brauche ich nicht. Und wenn ich mal wieder so einen kleinen Alkoholexzess habe, dann ist das für mich ein interessanter Event gewesen. Und ich denke mir, oh ja, das reicht jetzt mal wieder für eine ganze Weile. Und das brauche ich nicht, mir die Birne so zuzukippen. Und das Gleiche gilt eben für andere Sachen. Mal abgesehen davon, dass brennende Objekte, die wir inhalieren, sehr krebserregend sind oder andere Problematiken haben. Also eigentlich so dieser Effekt sehr schnell da ist, wenn man genau hinguckt und sich da nichts vormacht und sich nicht in Illusion hineinbegibt. Also diese große Illusion, Kiffen, haha, wie toll, haben wir noch was hinzugefügt und ein paar Wählerpotenziale mehr bekommen. Weil wir gieren ja auf die jungen Wähler auch. Oder es gibt auch alte Kiffer oder alte Säcke, die sich besaufen. Und Menschen, Frauen, Frauen wie Männer. Und Alkohol ist ja wirklich auch das Paradebeispiel für eine legale Droge, die überall verfügbar ist. Also guck dir die Supermärkte an, welche Weinabteilungen die haben mittlerweile. Und welche tollen Weine es gibt und all das. Also ausgesuchte Alkohole, in die wir uns subkulturell reinsteigern können und das zelebrieren und zelebrieren und uns was vormachen, aber in Wirklichkeit doch nur immer wieder regelmäßig Alkohol zu uns nehmen, die eben eine Wirkung hat. Und das ist ganz schlicht das, was eben bei anderen Drogen, bei anderen Rauschdrogen auch der Fall ist. Und die Frage ist, brauchen wir diese mentalen Veränderungen von der Stofflichkeit? Und das inkludiert Medikamente genauso. Und zwar legale Medikamente wie auch verschreibungspflichtige und vielleicht sogar illegale Medikamente wie Opiate und was es sonst noch gibt in der Form. Also Kiffen, noch mehr Stoff oder was? Um es mal ganz profan zu sagen, von der beliebigen Verfügbarkeit, die immer weiter zunehmend.